Ja, hallo zurück und herzlich willkommen bei einem neuen Part Minecraft Survival Island. Herr Kaim ist schon mal zu mir gekommen und wir gehen jetzt weiter auf Diamantsuche. Hi. Hast du was zu essen? Ich habe einen Fisch und vier Rottenflash. Hab ich was? Ja, hier, ich hab dir Rottenflash hingelegt. Aua. Liegt nichts. Oh, da liegt Rottenflash. Hast du bestimmt schon aufgesammelt. Oh, ja, stimmt. Äh, stimmt, wir haben einen Diamanten geschwunden. Ah, hier ist Eisen. Zack. Welches Level bist du? 13. Sollen wir mal hier runter zum Lava gehen? Aber das ist ein Creeper, egal. Ja, aber lass erstmal die Kuh und alles mitnehmen. Wo denn? Ach, warum? Achso, da, ja. Ich hoffe mal, jetzt geht es hier nicht runter. Boah, erstmal die erste Schicht ab. Guck mal dahinten weiter, ob da noch was ist. Ja. Das war Eisen. Welches Level? Ähm. Hier ist ein Enderman. Und viel Eisen. Eisen können wir gut gebrauchen. Wir könnten uns auch theoretisch irgendwann mal, wenn wir ganz, ganz viel Eisen machen, haben, ein Golem machen und auf die Insel stellen. Was bringst du uns an? Verteidigung. Doch. Wir können uns schon selbst verteidigen. Ja. Mann. Was? Nichts. Ist immer irgendwo was. Ja, hier ist noch Kohle. Aber die nehme ich, keine Sorge. Wie viel Diamant nass der jetzt? Acht. Ja, ich habe auch einen, glaube ich. Ja, ich habe auch einen. Hier ist angehört. Diamant nass du? Ach, ja, ich habe auch einen. Oh, fuck, ich bin ein Kupfer. Aber ich bin jetzt wieder mit diesem Schild da. Mit diesem scheiß Glas. Äh. Ich versuche mal zu dir zu kommen. Ich glaube, das ist hier lang. Hier ist Eisen. Hier ist Gold. Ja, nimm Gold auch mal mit. Ja, vertrunken. Na, ne, ich lege ganz im Ausgang zurück. Ja, jetzt auch für 12. Ja. Ich bin 25, komm auch mal was weiter runter. Komm mal nach Papi. Ah, ne, jetzt bin ich beim Opspawner. Ich bin bei diesem Gravel da links. Ja, ich bin bei Lava jetzt und so. Ah, ja, jetzt weiß ich, wo ich bin. Kahn ist kurz mal auf. Aber egal. Oh, leck. Okay. 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 Kein, warte mal. Ha. Otto. Ah, wir brauchen ja Redstone eigentlich. Ne, aber egal. Boah, die Musik ist ein bisschen laut. Geht's Redstone. Ja. Jawoll. Eins. war dann gebe ich dir mal alle die oder slava hier geht's hoch und hier ist jetzt hier ist eine neue höhle wir werden hier nie wieder rausfinden warum geht das nicht aus egal hast du noch genug fackeln ja ich hab holz und kohle ja das ist gut ich brauche die ganze Zeit mit meiner Eisenspitzsack ab, weißt du die Diamanten an ich hab da haben wir 11 das heißt wir könnten uns theoretisch ich weiß gar nicht ob wir uns ein Netherport halt bauen dürfen ja wieso nicht? ja weiß ich nicht weil es ja auch eigentlich die Insel verlassen ist ach da ist auch ein Kelp gegen die Insel verlassen ja ok erst recht kommt der hat Zombies boah scheiß Skelett als er eh der Schuss boah ekelhaft lol bist du das mit dem Skelett ja ok scheiß ich bin fast tot ja und ich kann nicht regälen komm mal zu mir lol scheiß Skelett ich hab ein Skelett noch schnell getötet komm zu mir ich hab noch einen Fisch ich hab mich eingegraben ok ah da ist dein Name ja ich seh's ich bin bei dir grab dich mach ich hab mich mal zu dir nein bin du mich haust na ich hau dich nicht siehst du mich ne nö ah doch da ah hier hi hier danke wie viel hast du denn noch kannst du dich jetzt nö hast du nicht roten Flash noch nö gar nix äh dann komm dann geh mir mal raus aber dann gib mir die Diamanten am besten ja komm mal zu mir hier gehts schneller raus oder na das ist nett das ist nett komm schnell wo soll ich denn hin gehen alter ja zu mir wenn ich runter springe ich hab deine Sachen aber ich hab deine Sachen nicht LOL was denn da ist sofort das OP Skelett ich bin gleich auch tot weil ich seh das nicht und so hä LOL ah jetzt seh's nur die Dias der Rest ist halt egal oder toll ja ich muss grad ein Skelett töten jawoll nimm die Dias oder toll der Rest ist halt egal ja warte schon wieder ein Skelett Alter hier sind Skelett vorne ich hab nur noch zwei Herzen frage ich kann mich auch nicht regenerieren ich grab mich jetzt nach oben glaub ja mal nimm die Dias die Dias habe ich und das Holz das Holz ist doch eigentlich egal 5 und 3 Scholze hier hab ich ich grab mich jetzt einfach nach oben lols spinne boah fuck nein nein ich hab keine Spitzhacke mehr nein Spaß Spaß ich hoffe mal jetzt nicht da ich noch in ne Höhle reinkomme ach fuck hier ist noch ne Höhle obwohl ne das ist nur so ein boah ich hab grad so angst ich hab auch nur noch zwei Herzen ne wo bist du grad ähm bei dem Scholzocken abbauen ähm bei dem Scholzocken abbauen boah scheiße da schießt sich dann Skelett runter wie geil war das denn ich bin ja auf der Höhe vom Ausgang gleich da muss ich mich noch 100 Blöcke weiter graben wow oder ist hier was zum Laufen hey das ist ein Eis wir können glaub ich um die ganze Insel Sugarcane machen ey lass mal machen das ist doch voll geil oh da ist ein Zombie du musst dich mit der Hand töten warte ich mach mal die Karte auf ah warte ich schüpf den einfach in die oha ich muss ja noch voll weit ich bin grad mitten unter dem Meer und da hinten ist äh Dingens schon äh Festland lol ein halbes Herz ist gut ne ja er ist schon wieder ein halbes Herz ich hab versucht ein Zombie durch die Kakteen halbes Tod nein boah scheiß ich kann mich jetzt erstmal dick weiter gerade ausbauen aber das könnte ich ja eigentlich auch auf Höhe 12 machen ne ja das ist aber gefährlich ja ich mach es ja mit Sneak lass nein lass es wirklich glaub mir lass es doch einfach man kann sich schon mal die Baumfarm weitermachen obwohl ich hab auch nicht mehr so viel Essen oder hattest du noch was ne hattest du nicht ja eben deswegen beeil dich einfach oh 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 am besten mach ich hier mal ne Truhe hin ne mach ich nicht ne mach ich nicht boah fisch aber mal ein bisschen ich brauch direkt Essen ne ne ah ich bau mich wieder hoch keine Lust he's not sure okay überall wo was ist nein hier ist der fuck nein Mist boah ich mach es jetzt mit einer Ironpix-X das dauert mir alles zu lange hier ist ne Höhle mit Eisen das nehm ich noch mit da ist noch ne weitere Höhle mit Eisen das nehm ich nicht mehr mit ne ach ein bisschen ich will kein Spiel noch fuck schnell zubaut stürst du wieso nein ich schaff das ich bin gut ich stürb mich jetzt ja viel Spaß dabei ach du bist so dumm ne wieso warum tützt du dich warum nicht ah deine ganzen Level sind ja eh weg weil ich mach erstmal ein Charmting-Table weil ich hab 20 ja genau und danach ein Charmting-Table weil wir da brauchen eh dafür obsidieren oh oh lol ok man kann irgendwo mal langlaufen ja dann macht's weg nö ich mach jetzt die ich mach jetzt den Karrenmuster auf der Kasteen ach Gott dass es über die ganze Insel geht der eine auf der Flussseite wo unser Haus steht ist nur Kasteen kann die gar nicht absammeln das ist ok ok nur noch 114 Meter die sieben Karrenmen können auch nicht ja ich bin aber gleich da boah ich seh das bist du verrückt mach das weg ne ist doch voll cool findest du nicht? ne nicht so nicht so hart ne ne boah ist das ne langweilige Folge für die Zuschauer wieso ist doch voll spannend ja aber ich grad mich ja eigentlich hier nur weiter ich weiß sag ich ja meine eine Richtung ist doch voll cool aber ich hab Kohle gefunden aber ich mach auch nochmal so ne scheiß Angeln so mit 3 und dann 2 runter wie viel Holz hast du jetzt in deinem Eventar? 35 das ist nicht meins oder hast du auch was davor? äh nicht so wirklich viel na na eigentlich nicht ne ok warum? ja ich glaub glaub ich glaub ich will so viel Holz wieder voll dir haben ja Diamanten sind ja nicht so wertvoll oder so ja aber waren das wichtigste und das Holz war das zweitwichtigste man kriegt die IP fürs Zwischen ja ja toll ich hab nur noch 3 Hunger, komm mal bitte äh in die Höhle nein komm selber ja ich bin in 90 Metern da ich seh schon die Insel ich muss Fische fischen ich kanns ja gar nichts essen ja dann mach ihn äh mach mir doch einfach Brot ich hab nur noch 3 Hungerkeulen wir haben kein Beat halt die Fresse dann bring mir Karotten oder so haben wir auch nicht natürlich ja dann mach sie kaputt wieder dann krieg ich aber keine Karotte doch dann kriegst du ne Karotte raus ja das mach ich aber nicht du bist ein Ars ne wenn man nicht kommen würde aber der will nicht ja wohl hier ist ne Höhle glaub ich und dann kann ich schneller kommen ja dann müsste hoffentlich abgeschossen sein ne hier ist keine Höhle schade ey gib mal hier Angel man mach mal hin äh ich hab jetzt ganz weit weg von der Angel und will die gib mir nix eyy zweieinhalb ey Junge komm da hin bitte ich hab ein Fisch ich hab ein Fisch ja reicht schon brat den schnell und dann komm braten das du noch bemerkst ok warte das Biet das esse ich für mich ich hab aber schon 2 Hungerkeulen verloren du bist ein Arsch boah ok die Folge ist eingeschätzt und mein Gold und mein ganzes Eisen und meine ganze Kohle Gold habe ich Kohle habe ich auch das sind 4 Stacks fast Eisen habe ich Gold habe ich aber die Slimes habe ich nicht ist doch egal Slimes werden wir noch oft genug finden nein ich bin jetzt gleich da komm also ich seh deinen Namen wo bist du denn gleich ich seh deinen Namen wo bist du denn gleich beim Ausgang keine Ahnung wo der Ausgang ist ich weiß nicht mehr wo der Wipond ist ja toll aber ich hab noch 200 nein komm wieder hoch du bist zu tief dann bin ich noch tiefer ich suche einfach deinen Gang von ganz unten ich glaub nicht hinterher ich nehm den ganzen Koppelstern gar nicht mehr auf scheiße ist mir egal wohin? ja bleib da bleib da ob ich jetzt bin ok jetzt esse ich mal hier mein Brot warte ich mal wer das ist hörst wer das ist hörst du musst ganz nah rein nein ist dein Name gar nicht bist du unter mir oder wo? nein ich bin auf deiner gleichen Höhe ich guck dir direkt in deinen Namen geradeaus einfach ich müsste jetzt eigentlich am Ausgang sein bei der Höhle der Ausgang bei der Höhle hast du voll weit tief gemacht ey nein noch 24 Meter ich hab noch zwei Keulen wo bist du denn ey ich laufe um mein Leben ich bin genau vor dir ich grabe mich jetzt zu dir bleib da stehen grabe mir entgegen ja ohne spitze du bist ein Arsch du bist ein Arsch guck mal hörst du's Fick dich du bist ein Arsch wenn du hier dann wärst du zu schnell Alter ich bin da ha gib gib du willst du du willst mich verarschen du musst erstmal nach oben gehen das ist sicherer zu essen du bist ja ok das schaff ich noch du kannst dich angehaben dann kannst du was fischen ok halt die Fresse was denn hier ja gib Fick dich kann man das auch essen guck mal hier was nein guck mal hier ich hab ein Brett guck mal hier ja interessiert mich nicht soll ich mal hauen ja mach die Diamant sind dann weg Junge ich hab sie in die Kiste schon getan jawoll nein ey lass mal Schokoladen in Ruhe jetzt hab ich nur eine Keule leck mich am Arsch jetzt gib mir Essen alter ich hab hier was ich hab hier was aber ich hab Angst dass ich auch gleich was Hunger für dir und dann gar nicht mehr hab boah komm Kai mach keinen Scheiß mal die Kakteen an ist doch cool ne ja sieht wunderschön aus du bist so ein Wichser ey Fisch ich brauch Essen nein der Kaktus hat das gegessen ja oh du dumm Junge ich hab sie doch gar nicht gegeben oh du bist so dumm okay das glaub ich ich geh jetzt weg ich brauch Essen du hast doch Brot wo ist das das hast du auch mitgenommen das hast du auch mitgenommen ey Alex das hast du gar kein nicht cool überall halt die Fresse aber was ist cool gibst du da ist unsere Farm ey die waren schon fertig ich musste auch nachschlangen wie heißt es du alle auf oder was so ja ich regeneriere mich ich töte dich jetzt wo darf ich grad getötet voll assi du verpisst dich wo bist du ah da unten du willst mich die F-Diamanten und werf dir die Kakteen ja aber ich würd mal sagen hier ist die Folge vorbei die spannende Folge des Minens das passt halt die Diamanten und die Kakteen ja siehst du ich hab den in der Hand jetzt nicht mehr jetzt tue ich jetzt momentan nein ok ok dann sehen wir uns im nächsten Part tschüss tschüss